Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Während gerade in den weltweiten Kinos Dune 2 eine mehr oder minder subtile Warnung vor charismatischen Herrscherfiguren ist, startet auf dem Streaming-Dienst von Warner Bros. eine Serie, die durchaus in eine ähnliche Kerbe schlägt, nämlich The Regime. In der Hauptrolle mit Oscar-Preisträgerin Kate Winslet sechs Episoden, also eine Miniserie, ab dem 4. März exklusiv auf Sky bzw. Wow zu sehen. Wir durften aber schon mal eher hineinschauen. Und wir sind zum einen, ja, Ladies first, eine Gronendame des Tele-Stammtisches, mit der ich zum ersten Mal jetzt was mache. Und ob sie sich vielleicht noch zu einer Gronendame entwickelt, werden wir sehen. Aber sie ist natürlich herzlich willkommen, die MJ. Hallo. Gronendame, ist das auf mein Alter bezogen oder weil ich jetzt schon viermal vertreten war? Worauf bezieht sich das Gronendame? Sowohl als auch. Okay, cool. Was? Moment, das mit dem Altersshaming nimmst du zurück. Passt aber auch durchaus gut zum Stoff hier. Ja, und ich, der Dom, der das Ganze hier moderiert. Und The Regime, eine HBO-Produktion, die mittlerweile dritte erfolgreiche Zusammenarbeit von Kate Winslet und HBO. Also sie hat ja vorher Mildred Pierce gemacht, die habe ich immer nicht gesehen. Ich habe dafür aber The Mayor of Easttown geschaut. Und hast du was im Serienbereich bislang mit Kate Winslet gesehen? Nein, gar nicht. Also wo du es jetzt gerade sagst, denke ich mir auch so, stimmt, da war mal was. Und ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, ja, okay. Ne, gut, guter Punkt. Das letzte hast du gesehen, hat dir gefallen? Äh, Mayor of Easttown fand ich tatsächlich ziemlich toll. Ja, ist aber wirklich was völlig anderes. Aber ja, generell muss ich sagen, dass ich Kate Winslet persönlich auch sehr, sehr gerne sehe. Die ist auch sehr facettenreich. Und ja, da kann man schon mal sagen, so wie in dieser Serie hat man sie, glaube ich, wirklich noch nie erlebt. Aber bevor wir uns da jetzt so ein bisschen hineinbegeben in die Palastmauern, MJ, fasst doch uns mal so die Rahmenhandlung zusammen, womit wir es hier überhaupt zu tun bekommen. Gerne. Also in der Regime kämpft eine ziemlich neurotische Kanzlerin, wie du schon erwähnt hast, von Kate Winslet gespielt, um ihren autokratischen Machterhalt. Und das ist die Rahmenhandlung. Das ist die Rahmenhandlung, genau. Angesiedelt in einem mitteleuropäischen Fantasiestaat, dessen Name auch nie wirklich genannt wird. Die Außenszenen sind aber in Wien tatsächlich gedreht. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, auch nicht völlig willkürlich, weil es gibt durchaus auch einige Bezüge dazu, dass das hier Österreich sein könnte. Wenn man dann jetzt auch so, also weiß ich nicht, bestes Beispiel war ja zuletzt hier, weiß nicht, ob du es gesehen hattest, Jan Böhmermann hat ja hier was gemacht über Herbert Kickl in Richtung Volkskanzler. Und da sieht man dann ja durchaus so, was so Rechtspopulismus in Österreich angeht und vielleicht dann auch Sebastian Kurz gab es ja davor auch schon. Aber das soll jetzt hier auch nicht zu sehr ins Politische abgeleiten. Ja, Kate Winslet in der Hauptrolle als Showrunner Will Tracy hat noch gar nicht viel gemacht. Aber diese Satire The Menu, hast du den gesehen mit Ralph Fiennes und Enya Taylor-Joy? Nee, war tatsächlich aber auch auf der Liste. Ja, ja. Sehr gut, Dom, sehr gut. Ich gehe hier raus und ich habe direkt wieder neues Futter. Das, der, der, der lohnt sich. Also es ist auch wirklich, das ist ein wirklich richtig bitterböser Film. Und in der Hinsicht reiht sich diese Satire da durchaus auch ein. Ich hatte jetzt auch im Vorhinein gelesen, Will Tracy hat HBO das Ganze gepitcht mit Downton Abbey, but it's an Autocrats Palace. Alles. Und wenn man dann jetzt so die Serie gesehen hat, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt, ja, ich habe alles gesehen, alle sechs Episoden. Du hast vier von sechs gesehen, meine ich, ne? Ja, 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 genau. Ich würde mal sagen drei bis vier. Okay. So inhaltlich, ja. Dann hast du die absolute Eskalation noch vor dir. Ja. Das Ganze natürlich durchaus, ja, schon namenhaft produziert vor und hinter der Kamera. Also hinter der Kamera haben wir Stephen Frears, der hat ja zum Beispiel die Queen gedreht. Jessica Hobbs, die hat mehrere Folgen von The Crown inszeniert. Und Kate Winslet ist ja durchaus auch eine Schauspielerin, die ja auch schon mal in so Aristokratendramen und so vertreten waren. Titanic. Genau, genau. Und ich weiß nicht, wie war jetzt deine Erwartungshaltung? Weil wenn man halt hört, HBO, Kate Winslet und sowas in die Richtung auch dann politisch. Hast du eher was Ernstes erwartet? Oh ja, also tatsächlich habe ich den Trailer damals gesehen, als er angekündigt wurde. Und da wurde ganz, ich glaube, wurde ziemlich lange auf diese Szene drauf gehalten, wo die amerikanische Außenministerin kommt und im Gespräch ist mit ihr als The Chancellor, also mit Kate Winslet. Und da hast du, also durch diese Bissigkeit im Dialog und diese Gratwanderung, dieser Spannung, die sich da aufgebaut hat, habe ich schon gedacht, okay, cool, das, das ist, das wären wahrscheinlich so Punchline. Ja. So eine Punchline-Serie. Ja. Und ja, und die Folgen, die ich bisher gesehen habe, hat das tatsächlich wieder so ein bisschen aufgeweicht. Mhm. Denn ich finde sie sehr amüsant. Ich finde sie lustig, sie ist morbide lustig. Ja. Ähm, und das hat mir sehr gefallen, aber dadurch hat es halt auch diese, ja, mir hat ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit gefehlt. Und ich bin sehr gespannt, du hast ja alles gesehen. Mhm. Und ob, ob sich für dich da eine Kritik durchschimmert, also zum Schluss. Äh, ja, schon definitiv, aber eigentlich auch so über die ganze Serien weg. Also was ich schon mal festhalten kann, wenn man die schauen möchte und wenn man für sowas empfänglich ist, gibt dem Ganzen eine Chance, allein schon wegen Kate Winslet, weil die wirklich, ich kann es nochmal, die dreht hier teilweise wirklich komplett frei. Das ist für mich ein einziges Fest gewesen. Also sie, sie hat, also nicht nur sie, sondern der ganze Cast spielt wahnsinnig übermaniriert, überkandidelt. Das sind im Grunde genommen eigentlich Theaterdialoge in einer Comedy, aber die werden eben mit einer relativen Ernsthaftigkeit vorgetragen. Und das sollte man vor allem, insbesondere bei Kate Winslet, auch wirklich im O-Ton erleben. Also nichts gegen die deutsche Synchronisation, aber die kann das, die kann das einfach nicht replizieren, wie die, wie die am Lispeln ist. Dieses wirklich total, wie gesagt, übermanirierte, Kate Winslet alleine ist wirklich herrlich in dieser Serie, oder wie hast du das wahrgenommen? Ja, also ich finde, schauspielerisch kommt die Ambivalenz ihrer Figur auch richtig gut zur Geltung. Mhm. Aber ja, ich gebe dir recht, das mit der Synchronisation, also dann soll man auf Untertitel stellen. Ja. Denn sonst geht richtig was verloren von der Performance. Mhm. Denn sie lispelt, sie hat auch so einen lahmenden Mundwinkel, glaube ich, hat sie sich so antrainiert, sodass sie auch nicht ganz deutlich spricht. Ja. Also deswegen alleine, Untertitel wäre da schon, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Mhm. Aber, ähm, ich würde auch definitiv nicht die deutsche Synchronisation, ähm, das dominieren lassen. Äh, wo wir dann schon davon sprechen, wir haben es ja beide nur im O-Ton sehen können, auch komplett ohne Untertitel. Und die würde ich, ehrlich gesagt, bei jemand anderem auch empfehlen. Gar nicht mal so sehr bei Kate Winslet, sondern eher bei Matthias Schönerz. Mhm. Äh, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, ist ja ein belgischer Schauspieler. Hat auch schon mal mit Kate Winslet zusammengespielt in die Gärtnerin von Versailles. Die, eine der letzten Arbeiten des großartigen Alan Rickman, also sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und er spielt hier ja einen, ja, äh, Militär-Dude, sage ich mal, im weitesten Sinne, der am Anfang, ja, durch gewisse Umstände, sage ich mal, in den Palast gerät, am Anfang eigentlich nur dazu da ist, um vor ihr herzulaufen und den Schimmelgehalt in der Luft zu checken. Und der dann aber so nach und nach zu ihrem Sicherheitschef und, ja, Günstling emporsteigt, ne? Und bei dem, muss ich sagen, ist es im O-Ton schon gewöhnungsbedürftig, weil der spricht mit sehr starkem Akzent und manchmal auch sehr undeutlich und hat auch wirklich so eine Grummelstimme. Also da musste ich wirklich reinkommen oder wie, hast du dich da auch eher schwer mitgetan? Bei ihm gar nicht so, tatsächlich. Ich hatte mich bei der, bei ihrer, was war das, rechten Hand, die Agnes spielt, weil, das muss man auch dazu sagen, die nimmt natürlich sehr viel Fahrt auf in der ersten Folge. Also wir, wir stolpern mit ihm, also Matthias Schönerts, der den Herbert spielt, auch The Butcher genannt, stolpern wir in den Palast rein und wir haben überhaupt, also wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, weil es überhaupt keine Einführung gibt in diesen, in dieses Palastleben oder wer, wem wir da jetzt treffen, alle wissen Bescheid, nur wir als Zuschauer nicht. Und wir sehen aber, also wir sehen halt schon recht schnell, dass er eine Faszination hat für die Kanzlerin. Definitiv, ja. Und, und damit gehen wir so mit. Also die Rahmenhandlung geht natürlich um ihre Herrschaft und wie sie versucht, ihre Herrschaft zu betonieren. Aber es geht halt auch ganz klar um die Beziehung zwischen den beiden. Das muss man dazu sagen. Das steht definitiv im Zentrum, ja. Ja, und ich finde es halt, also wie gesagt, du hast es ja ganz gesehen, aber was ich in den ersten Folgen halt mitgenommen habe, war, dass die beiden halt so ein, so ein perfektes Paar für Katastrophen sind. Ja. Also die sind zusammen halt eine tickende Zeitbombe, weil sie ist, wie gesagt, neurotisch, stellenweise paranoid. Sie hat ganz krasse narzisstische Züge, natürlich, sonst wäre sie ja auch nicht Autokratin. Also das finde ich, du brauchst eine gewisse, gewisse Persönlichkeitsattributsverlagerung, damit du überhaupt in diese Machtposition kommen möchtest und sie hältst. Und gepaart mit seiner Impulsivität und auch dieser Absolutheit, so auch gefolgsam zu sein und eben seiner Gewaltbereitschaft. Und da könnte man wahrscheinlich noch sehr viel mehr aufzählen, aber ist dieser Cocktail echt explosiv, der auf das Volk losgelassen wird. Und das, ja, da bin ich halt gespannt, weil es wird halt sehr amüsant inszeniert. Und da bin ich gespannt, wie sich das am Ende entfaltet. Wobei ich jetzt bei amüsant tatsächlich einhaken wollen würde, weil inszeniert hat das Ganze ja, wie ich schon sagte, Stephen Frears, der sowas wie die Queen gedreht hat. Und das ist ja nicht unbedingt, sage ich mal, satirisch oder komödiantisch angehaucht. Und ich muss sagen, also es ist absolut eine Satire und auch teilweise zum Brüllen komisch manchmal. Aber hin und wieder in manchen Momenten fehlt dann da doch so ein bisschen das komödiantische Timing, hatte ich das Gefühl. Und das liegt nicht an den Schauspielern, sondern so ein bisschen auch an der Regie und auch an dem Drehbuch, was manchmal so bei der Tonalität dann doch hin und her schwankt. Also manche Sachen sind dann doch schon ziemlich ernst, werden dann aber auch nicht mehr so verfolgt. Als Beispiel jetzt mal hier das Matthias Schönerts Figur, dass der, also Herbert, ja eigentlich ein Kriegstraumatisierter ist. Und das spielt ja dann eigentlich nicht mehr so wirklich eine Rolle. Das wirkt dann, auf mich wirkte das so ein bisschen zweckmäßig, muss ich sagen. Ja, das kann gut sein. Siehst du, da hätte ich tatsächlich erwartet, dass aufgerollt wird, was da passiert ist. Und weil er ja auch so etabliert wurde, dass er da aus diesem Kommando, was er da, glaube ich, angeführt hat, rausgezogen wurde. Und so wie ich das verstande, aber eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Für das, was passiert ist, aber von ihr begnadigt wurde. Und weil sie ja noch irgendwie so ganz beuläubig zu ihm sagt, wir machen halt alle Fehler. Oder das ist ja nur menschlich gewesen, was da passiert ist. Ja, ja. Und es wird ja nicht wirklich erklärt, warum das zu dieser Tragödie gekommen ist da, der ja ausgeliefert war. Da hätte ich jetzt auch gedacht, naja, vielleicht wird das mit einer Rückblende oder durch eine Erklärung halt nochmal aufgegriffen. Aber vielleicht braucht es, ja, vielleicht braucht es das nicht, um diese Verbundenheit darzustellen oder diese Ergebenheit darzustellen, die der Herbert halt ihr gegenüber hat. Ist insofern auch wichtig, zumindest für den Plot, und zum einen ist er ja so ein, hattest du ja schon umschrieben, so ein Fish-out-of-Water-Character, also dass wir eben mit ihm in diese ganze Palastwelt überhaupt erst reinkommen. Man muss auch sagen, die wirklich 90 Prozent der Serie spielen im Palast. Und sie ist ja auch, hattest du ja schon gesagt, sie ist sehr neurotisch und hat auch schon wirklich fast schon so Berührungsängste. Und das wird auch herrlich überkandidelt ausgespielt. Aber wie er dann bei ihr landet, das zeigt natürlich auch, wie ihr Staatsapparat funktioniert. Also da ist ja was geschehen, das will ich jetzt gar nicht so weiter ausführen, wo er drin verwickelt war, was ja mehr oder weniger vertuscht werden soll. Und da gibt es dann tatsächlich einige Sachen. Also die ganze Serie, die geizt nicht mit Seitenhieben auf real existierende Autokraten. Du hattest ja schon diese Szene erwähnt mit, ich glaube, irgendwie die amerikanische Außenministerin war es ja. Und da ist es bestimmt auch kein Zufall, dass sie und Kate Winslet sich an einem sehr langen Tisch gegenüber sitzen. Ja, oder auch ihre Panik vor Keimen und Schimmelsporen in der Luft. Genau. Das war absolut, ja, das war absolut der Wink nach Osten. Genau. Also sie strukturiert das Land ja auch in der Serie um. Oh ja. Also in ihrer Herrschaft. Und da war zum Beispiel auch, was ich vorher auch erwähnt hatte in unserem Gespräch, der Hinweis zu Roten Khmer. Also wo ja auch ganze akademische Berufe zum Erlegen kamen oder wo die abkommandiert wurden und aufs Land verfrachtet wurden, um die Landwirtschaft halt, sich auf die Landwirtschaft zu konzentrieren. Und das hat auch zu einer großen, damals zu einer großen Hungersnot geführt. Und ja, und da habe ich halt auch ein paar Parallelen gesehen, dass sie das zumindest auch aufgreifen wollten. Also sie haben offensichtlich verschiedene Regime, autokratische Regime rangezogen, um relativ schnell, ja, so eine ganz, also ich denke mal, eine Katastrophe voranzutreiben. Und jetzt, wie gesagt, kann ich das nur, ich kann das jetzt nur so erahnen, weil du hast das, wie gesagt, bis zum Schluss gesehen. Ja. Kannst gerne sagen so, ja. Das eskaliert noch ordentlich, ja. Okay, es eskaliert, genau. Und dann muss man ja auch sagen, zu Recht, denn sie ist ja jetzt auch keine, also sie ist keine Sympathiefigur. Nein! Keiner dort, es gibt keine einzige Sympathiefigur, außer vielleicht, außer vielleicht der Sohn, den sie co-parentet. Das ist auch eine dieser genialen Ideen in dieser Serie. Ja. Dass sie selber keine Kinder hat und sich einfach den Sohn ihrer Bediensteten oder Untergebenen aneignet und mit der eine Art Co-Parenting betreibt. Und immer so, wie es ihr halt gerade passt, dieses Kind benutzt oder einverleibt oder tatsächlich denkt, sie hätte Anspruch auf dieses Kind. Und ja, also eine großartige Idee tatsächlich. Ja, also die einzige Figur, die, also als sympathisch würde ich die jetzt auch nicht nehmen, aber eben dann diese Bedienstete gespielt von Andrea Riceboro, die sogar relativ, so eine Art von Satire, ziemlich geerdet, zurückhaltend und subtil agiert. Also die hat mir sehr gut gefallen. Da hätte ich ehrlich gesagt noch gerne noch mehr von gesehen. Die Agnes, die spielt die Agnes, oder? Genau, genau. Und also das wäre noch so eine der wenigen Figuren oder mit die einzige eigentlich, die auch nicht völlig, also das ist aber auch das Schöne. Also natürlich ist das Ganze eine Satire, aber die schauspielerische Qualität des Castes, die kannst du schon daran festmachen, dass alle, also natürlich ist das alles überspitzt, aber es ist nicht zu stark, dass es wirklich schon zur Karikatur wird. Also vor allem bei Kate Winslet, die, die chargiert, aber halt mit, mit, mit Stil, könnte man sagen. Also ich fand die, ich fand die ganz, ganz großartig. Und sie hat auch in der letzten Folge, das will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, aber da hat sie eine unglaublich starke Szene, wo sie eigentlich gar nicht spricht und wo dann wirklich so, ja so, sag ich mal, so der, der Kokon des schönen Scheins bei ihr so aufplatzt. Man muss da nicht drüber diskutieren, die Serie ist voll mit Anspielungen, insbesondere in Richtung von Wladimir Putin. Also allein schon, dass, dass irgendwann ein, ein benachbartes Land einfach annektiert werden soll und sie das dann aber, die das dann aber auf keinen Fall eine militärische Operation nennen möchte, sondern, ne, also das, also da, da werden halt schöne Motive auch, die man, äh, leider eben aus, aus, äh, der aktuellen Geo- und, und Tagespolitik kennt, die werden da herrlich gegen verkehrt. Also das, das hat mir sehr gut gefallen. Auch im Hinblick darauf zum Beispiel, dass ihre ganze, dass ihr ganzer Staatsapparat auch wirklich gezielte Propaganda produziert. Wenn da zum Beispiel irgendwas passiert ist, dann wird das halt nach außen ganz anders dargestellt und dann ab einem gewissen Punkt auch so, oh ja, dafür müssen ja die Amerikaner verantwortlich sein. Ne, also da ist beispielsweise eine Szene, wo sie in der Öffentlichkeit bei einer Veranstaltung plötzlich Nasenbluten bekommt. Auch eine, wirklich, also mit, mit, glaube ich, meine Lieblingsszene in der gesamten Staffel. Okay. Da merkt man ja auch, dass sie alles andere als kinderfreundlich ist oder mit Kindern überhaupt nicht umgehen kann. Und das wird dann im Nachhinein so kaschiert so, ja, da kann ja nur eine Geheimoperation der CIA hinter stecken, irgendwie mit, mit radioaktiven Wellen, die das dann bei ihr ausgelöst haben. Also ab einem bestimmten Punkt werden dann genaue Feindbilder propagiert, die, die USA werden dämonisiert, während dann China der neue Handelspartner überhaupt wird und das Ganze dann aber sich dementsprechend auf die Wirtschaft dieses Landes auswirkt, ne? Mhm. Also fand ich insgesamt sehr, sehr geschickt. Was man sagen muss, die ganze Serie spielt ja über so ein Jahr verteilt etwa. So ein schnell, schneller Untergang. Ja, und da gibt es aber auch sehr große Sprünge in der Handlung, ne? Also am Anfang ist es zwar noch so zwei Wochen, dann aber irgendwann dann auch mal drei Monate und das, was du nicht gesehen hast, da vergeht dann auch schon mal ein ganzes halbes Jahr. Mhm. Und ich muss sagen, das fand ich nicht so gelungen, weil in einem halben Jahr kann schon sehr, sehr viel passieren. Und da, finde ich, merkt man dem Ganzen auch an ... Also normalerweise haben HBO-Serien ja eher so acht bis zehn Episoden. Das ist ja zuletzt auch bei True Detective Night Country hat man das ja auch auf sechs eingedampft. Und ich finde, an der Stelle merkt man das schon, dass das gestrafft wurde. Oder wie hast du das so wahrgenommen? Ja, kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Denn ich habe es, wie gesagt, nicht zum Ende hingeschafft. Aber mir war auch nicht bewusst, dass das eine Mini-, also in Anführungsstrichen eine Mini-Serie ist. Ich habe nämlich, das wäre meine Frage, noch an dich gewesen, ob es mit einem Cliffhanger endet, ob da eine zweite Serie, eine zweite Staffel irgendwie in der Mache sein soll. Also ob es da praktisch den Boden dafür ebnet. Aber wenn das abgeschlossen ist, ja okay. Kann das aber nachvollziehen, wenn du sagst, zum Ende hin sind die Zeitsprünge zu groß, um genau, um das irgendwie ein bisschen zu setzen, das Ganze. Weil natürlich am Anfang hast du, na klar, hast du die Einleitung und du musst die Charaktere erstmal wirken lassen und die ganzen Handlungsstränge ebnen. Und dafür brauchst du natürlich ein bisschen engmaschigere Zeitstränge. Aber ja, wenn das am Ende sich dann so selber so überholt, dann ist es natürlich, ja gut, vielleicht nicht die beste Lösung gewesen, und dann hätten sie vielleicht tatsächlich noch zwei Folgen dranhängen sollen. Wahrscheinlich, ja. Aber das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wäre ja auch noch ... Also die anderen Darsteller sind jetzt nicht so namhaft wie Kate Winslet und Matthias Schönherz, höchstens halt noch Andrea Riceboro. Es gibt aber, und der taucht auch schon in den Trailern auf, Hugh Grant ist in der Serie. Da sollte man jetzt vielleicht nicht so viel zu verraten, wen er hier spielt. Aber ich muss sagen, da war ich schon ernüchtert, weil es ist ... Also seine Rolle ist eigentlich sehr interessant und die ist dann aber leider viel zu schnell passé, oder? Ja, ich habe auch gedacht, als Hugh Grant dann auftauchte, oh, jetzt, okay, jetzt wird es interessant. Also jetzt wird es interessant, jetzt wird was Neues eingeführt. Aber das, ja, das hat sich gar nicht so ausspielen können. Ja, das ist schade. Da merkt man vielleicht auch wieder die Straffung. Ja, also auch interessant, dass dafür dann halt so ein ... Ja, Publikumsmagnet will ich jetzt nicht sagen, aber er ist natürlich schon ein Name. Daher, ja. Aber vielleicht auch einfach so konsequent. Ich fand das so, ach ja, komm, machen wir mal so. Ist doch auch cool. Ja, gut, ich meine, vielleicht untergräbt man damit natürlich auch die Erwartung des Publikums. Spielt damit, ne? Spielt damit. Ja, aber da war ich trotzdem schon ein bisschen, weil er ist halt echt nur ... Der ist halt echt nicht lange da und es wäre, glaube ich, echt interessant, was man daraus noch gemacht hätte. Also für mich kommt da halt wieder durch, dass man, äh, dass da eigentlich mehr geplant war, weil es ist interessant. Sein Name taucht in den ersten paar Folgen eigentlich immer mal wieder auf. Und dann siehst du ihn. Und dann ist er aber relativ schnell erledigt und spielt dann eigentlich im weiteren Verlauf auch nicht mehr wirklich im Nachhinein eine Rolle. Und da glaube ich, dass da schon zusammengestrichen wurde. Ja, wir wollen natürlich dann zu seinem Auftritt jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Man kann nur sagen, äh, das ist immerhin der Hugh Grant, den man so in den letzten Jahren sieht und nicht mehr eben, äh, die, die Rom-Com, äh, Spule von ihm, sag ich mal, ne? Also der hat sich ja so seit einigen Jahren jetzt so doch wieder relativ zurückgekämpft, äh, äh, weiß ich nicht. Letztes Jahr hat er ja zum Beispiel, ähm, äh, in Wonka war er ja zuletzt zu sehen als Oompa Loompa. Äh, da kam er aber auch zu kurz. Vielleicht will er so seine, sein neues Repertoire so ein bisschen antesten, denn er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also den Rom-Com Lover kann er jetzt auch nicht mehr spielen. Also, ähm, das hat er ausgedient jetzt, ne? Daher ja. Gott sei Dank. Ja, weil er ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler, der aber so in den 2000ern, also irgendwann, irgendwann konnte ich den nicht mehr sehen, aber was er aktuell macht, finde ich immer sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also der, der hat auch wirklich völlig, weiß ich nicht, hier in Cloud Atlas zum Beispiel, hat er ja etliche verschiedene Rollen, wo du den teilweise gar nicht mehr erkennen kannst. Hast du denn noch einen Punkt, den du ansprechen möchtest? Ähm, ja, ich wollte dich fragen, was deine liebste Szene war. Weil der, weil das ja schon lustig ist. Ist ja auch schon lustig. Ja, natürlich. Ja, hatte ich, hatte ich, hatte ich ja schon gesagt, die, äh, wo, ähm, wo es eigentlich nur so ein Q&A bei ihrem Palast geben soll von Kindern und, äh, sie halt da überhaupt nicht mit umgehen kann. Und, ach Gott, also, es sind, es sind, es sind so viele großartige Szenen und, äh, Kate Winslet macht einfach Spaß in diesen Dingen. Und man merkt auch, sie, sie hat auch Spaß daran. Sie hat immensen Spaß an dieser Rolle. Dieser ganze Cast ist sehr spielfreudig, aber sie führt das Ganze an und die Serie ist natürlich auch sehr auf sie zugeschnitten. Äh, hast, hast, hast du denn eine Szene in den, äh, Folgen, die du bisher sehen konntest? Mhm, ja, weil das auch die Ambivalenz ihres Charakters halt ganz gut zeigt, dass sie, dass sie in sich eine absolut unsichere Persönlichkeit ist. Also, ich meine, neurotisch zu sein kann da sicherlich auch schon ein Hinweis sein, aber ich hab das so gefeiert, ähm, dass sie ihren Vater in einem Schneewittchensarg aufbart. Ja. Und mit dem halt jedes Mal ins, ja, auch ins Gericht geht. Also, einerseits kann sie ihn anschreien und, ähm, kann sich über ihn richtig auslassen. Naja, er liegt ja auch tot da drin. Das war das eine und, ähm, das war, das war eine großartige Szene, aber die viel heftigere Szene war, ja, dass Fatih auch zurückredet. Und die war, die lässt sehr tief blicken, ähm, unter welchen Umständen sie als Kanzlerin geformt wurde. Und das, ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, äh, wie das dann sich am Ende ganz entfaltet. Und, ähm, das war, das war meine liebste Szene. Denn das war so, war so ein, so ein klassisches Beispiel für, ich muss lachen und ich verschluck mich dabei. Also, weil das wirklich, das war, das war böse, das war böse, aber es war sehr, sehr gut. Aber das, äh, äh, kann man vielleicht so generell unter die ganze Serie, äh, stellen. Ich muss lachen, aber ich verschluck mich dabei, oder? Ist eigentlich so, so ein bisschen, ja, weil, weil es ist, es ist halt teilweise echt bitter, was du hier halt so als Spiegel der momentanen Weltpolitik siehst. Und auch eben, ja, mit, mit was für Attributen sie aufgeladen wird. Wobei, da muss ich sagen, dass ich diese, also, äh, die, die Szenen fand ich auch sehr amüsant und auch schon die Idee mit ihrem Vater im Schneewittchen-Sarg. Der auch zum Geburtstag dann auch nochmal senkrecht hingestellt wird. Oh Gott, ja, ja. Ja, da, da, da ist, da ist auch nochmal was da, ja. Ähm, aber ich, ich muss sagen, ich hab, ich hab so ein bisschen, also, es ist nicht so, dass mich das direkt gestört hat, aber ich hab doch so ein bisschen gehadert mit diesen, 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 diesen Trope, sag ich mal, der Daddy-Issues. Da bin ich so ein bisschen, bisschen uneins mit mir, ob ich, ob ich das gebraucht hätte in der Form. Äh, auf der anderen Seite fördert's wahnsinnig amüsante Momente zutage. Ja, und letztendlich, ähm, natürlich auch ein Stück weit so eine Persönlichkeitserklärung, ne? Also, ja. Denn, sonst hättest halt nicht diesen, und das ist halt der Punkt, den ich nicht beurteilen kann, ob es diesen ernsthaften Unterbau hat. Mhm. Denn, sonst ist es halt eine Anreihung von, ähm, ja, erstickendem Gelächter, so, oder Erlechtgelächter, woran man sich erstickt, oder verschluckt, so. Und, ähm, deswegen, ja. Du sagst, das, äh, kommt schon ganz gut zur Geltung zum Schluss. Da wird dann sozusagen der Rap gemacht. Ich bin gespannt. Ja. Also, was ist dein Fazit, Dom? Was ist jetzt dein Fazit? Ach, mein Fazit. Ja, es ist in jedem Fall sehenswert. Also, allein schon wegen Kate Winslet, wer die mal richtig so am Rad drehen lassen, äh, sehen möchte, der, der muss das auf jeden Fall schauen. Und, es ist auch nicht zu albern, aber es ist auf der anderen Seite auch, ja, manchmal, manchmal fehlt so ein bisschen das komödiantische Timing. Dramaturgeschlecht manchmal ein bisschen unbeholfen. Äh, man merkt auch, dass da vielleicht auch ursprünglich mehr geplant war. Aber, ja, wer, wer für sich so, für sowas erwärmen kann, ging auch fast schon ein bisschen, da hat ja, glaube ich, auch Will Tracy dran mitgeschrieben, Succession, ne? Mhm. So, in die Schiene geht es auch ein bisschen. Aber es ist für eine HBO-Produktion, ist es schon sehr ironisch eigentlich. Also, es ist eher sowas wie, ich muss da auch sehr an The Great denken mit, äh, mit Elle Fanning, wo sie ja irgendwie Katharina die Große spielt. Mhm. Äh, also als, als Zarin von Russland. Und das ist ja auch eher so überspitzt dargestellt. Und in die Richtung geht das hier eher so für mich, muss ich sagen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, so nach den, nach den vier Folgen? Also, die letzten zwei wirst du dir ja wahrscheinlich noch ansehen. Ja. Ja, ja. Ähm, genau. Genau, weil ich, weil ich sehen möchte, wie, wie, wie das aufgelöst wird. Oh ja. Ja, also ich, ich finde hier auch sehr sehenswert. Ich habe einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Mhm. Aber wie gesagt, von Anfang an nimmt das extrem Fahrt auf. Und ich mochte eigentlich auch, dass immer wieder dieses Machtverhältnis sich zwischen der Kanzlerin und auch ihrem Herbert, ähm, sich immer abwechselt. Ja, ja. Also in der einen Folge, ne, war das, war das ganz klar in die Richtung gelagert und in der nächsten war es dann wie der andere und das war so ein bisschen wie so ein Pingpong. Und da habe ich schon so gedacht, hm, sehr interessant, also wie, wie sich das, wie sich das dann gipfeln wird. Zumal die beiden zusammen natürlich, wie gesagt, der absolut toxische, ja, toxische Cocktail für das Volk ist. Ja. Und, ähm, und ich mag halt auch viele Ideen, die da drin stecken. Ähm, ich mag die, ich mag die Frau als, äh, ich mag die Frau in einer machtmissbrauchenden Position, ohne dass es ein gesellschaftlich, ein gesellschaftlich anerkanntes weibliches Attribut hat. Mhm. Weil sie ist weder im Umsorgen, noch ist sie empathisch, noch gibt sie irgendwie wirklich was auf ihre Mitmenschen. Also das ist einfach, und das macht schon Spaß zuzuschauen. Das ist natürlich extrem hoch gepusht, aber, ja, das, das finde ich sehr, sehr cool, das finde ich sehr konsequent. Ja, und ich bin, ich bin gespannt, ähm, wie Herbert damit umgeht. Mhm. Ja, daher, also das, was ich gesehen habe von, fand ich sehr interessant, fand ich auch ein Stück weit mutig, denn ich meine, äh, ganz klar, die Autokratie, wie sie momentan sich abzeichnet, überspitzt darzustellen, ne, also, führt ja jetzt auch nicht zum, dazu bei, dass man die Wogen glättet, so. Ja, ähm, haben die sich alle im Cast wahrscheinlich auch ein Stück weit dazu verpflichtet oder haben eine Haltung dazu, muss man, da muss man ja auch so sagen. Ja, ja, und halt auch diesen ganzen Beraterstab zu sehen, der an sich ja normal, also sagen wir jetzt mal gesellschaftlich normal angesehen wird, mit einem gesunden Verstand und mit vorausschauendem Denken auch in ihrem Handeln. Ja, ja, bin ich sehr gespannt, wie das am Ende dargestellt wird, ob da auch eine Kritik mitschwingt, denn, wie gesagt, so ganz klamaukig fände ich schade, wenn das jetzt nur dabei bleibt. Aber du sagst ja, es wird, es kriegt ja den Unterbau. Es, es wird interessant und das Ende ist wirklich bitterböse. Bitterböse, okay. Also, da, da kann ich mich dir auch anschließen, die, das, das, dieses Ping-Pong-Verhältnis, wie du es genannt hast, mehr oder weniger zwischen Schönherz und Kate Winslet, das ist so das Herzstück der Serie. Kann man insgesamt wirklich empfehlen, könnt ihr ab dem dritten, beziehungsweise vierten März, dann also in der Nacht von Sonntag auf Montag kommt das ja dann auf HBO und dann auch direkt hier in Deutschland auf Sky, beziehungsweise Wow, kann man sich wirklich ansehen, allein schon, wenn man sehr gerne Kate Winslet sieht und dann wird man, glaube ich, in manchen Szenen wirklich sein blaues Wunder erleben. Ja, ja, ist großartig. Sie ist sowieso, also ich mag sie sehr gerne, aber ich glaube auch in dieser Rolle hat sie sich nochmal, nochmal anders, ja, anders entfaltet, auf jeden Fall. Also, ich, ich bin gespannt, ob dafür, also in meinen Augen ist da eigentlich ein Emmy oder sogar ein Golden Globe für, für fällig, also das war, das war, das war sowas von großartig in manchen Szenen. Aber bevor wir hier noch weiter schwärmen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wir können sie beide sehr empfehlen durchaus. Ich bin gespannt, wie die aufgenommen werden wird, weil, was ich so an Pressestimmen bisher gelesen hatte, war auch eher so gespalten. Aber, ja, ihr da draußen dürft uns natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf die Serie, wenn ihr sie vielleicht auch schon gesehen habt, wenn ihr anderer Meinung seid, was auch immer, lasst uns das gerne wissen, ob beim YouTube-Upload oder auf tele-stammtisch.de, schaut da auch gerne mal vorbei. Ja, und ich würde sagen, damit wären wir soweit durch. Ich sage schon mal Tschüss und, ja, die Grand Dame des Tele-Stammtisches, die kommende, hat natürlich das letzte Wort. Bitteschön, MJ. Die Grand Dame sagt einfach nur, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das sind die Grand Dame-Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisches betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.